Ich bin durch. Er kommt, er kommt. Er ist durch. Ich bin durch. Ich bin durch, beeil dich. Der Ball ist die Wand kaputt. Ist zu, ist zu. Ja, ist alles klar. Okay. Lassen Sie sich abreagieren, geh aus dem Sichtfeld. Müssen Sie nur aufpassen, dass dann das Strike aufwacht. Das ist dann nicht. Okay, der Ball ist das Holz kaputt. Weiß nicht, wie stark das ist. Oder sonst braucht man hier vorne einen Abbau und ein neues vor. Hast du die Bärchen rausgenommen aus dem Strike? Jetzt mache ich das. Das ist gleich fertig, das ist der Scheißviech. Das müssen wir dann doch wegbringen. Der könnte Strike immer noch kaputt beißen von der Seite. Deswegen muss man aufpassen. Solange Angkor hat es von der Wand, geht es eigentlich. Ja, ich hoffe, er hört gleich auf. Ja, der hört erst auf. Der ist kein Aggro mehr. Der ist zur anderen Wand hin. Ja, der ist ja gut. Ja, Bud Spencer Terence Hill war super als Kind. Sehr, sehr gerne gesehen. Einfach geil. Jawohl, Strike ist fertig. Das folgt dir. Warte ich mal die Wand auf. Ach, komm schon. Jetzt kommt der Bronto. Der hat der Bronto. Also falls, auch gut, der Wolf weifte nicht angehen. Nö. Aber wenn der Bronto da ist, dann können wir auch nicht... Der Bronto muss da schon weg. Ja. Slingshot. Ne, nicht, hör auf. Du hast den nicht da pullen. Nur auf den Wolf. Ach so, Wolf, ja. Ich dachte jetzt auf den Ding. Nö, auf den Wolf. Aber der macht auch eher auf dem Bronto und dann haben wir Pech. Der Bronto ist ja das erste Mal weg. Ah, da geht der schon drüber. Okay, mit 20. Noch drei Level, dann können wir den Sattel bauen für den Strike. Ich lass den mal irgendwo... Ich lass den mal nehmen. Kriegen wir überhaupt so viel Fleisch zusammen für das... Bronto. Komm, gehen eine Runde spazieren da oben. Wir haben hier oben in der Bench haben wir... Wir wissen, das Fleisch war voll. Ich weiß gar nicht, was von der Wolf ist. Ich weiß gar nicht, was von der Wolf ist. 16. Oh, das ist ganz gut. Wir haben doch... Wo ist denn das Fleisch? Ich hab noch vorhin hier 92 Fleisch drin. Da hab ich das... Doch, aber 72 Fleisch haben wir. Das muss passen, ja. Diese Brontos, ne? Ja, ein bisschen Geduld, dann geht das schon. Ähm, 8 Fleisch, 15 Minuten braucht der Wolf. Das ist ein Level 16, ist er. Aber wenn der Bronto, wenn der jetzt trotzdem, wenn der Flächenschalen auf den, auf den Bronto macht, macht der immer noch, der beißt dir die Wand kaputt. Ja, ja. Wir werden mal kurz warten. Also, Fleisch kann ich... Haben wir noch Narkotiks? Acht Stück oder so. Ja, in dem Trike. Und dann mach ich den da mit. Ähm, Steine hab ich. Fleisch nehm ich auch mit. Du hast gesagt, ach, Fleisch brauchen wir bloß. Echt? Nehm ich Narkotiks mit. Okay, hab ich. Okay, okay. Ich bin schon dabei. Ist der immer noch da der Bronto, oder was? Ja, sein Schwänzchen, aber sonst geht. Ah ja, das geht ja, das ist ja. Okay, drüben. Gut, ich kann nicht mitmachen, aber reicht ja, du machst. Vielleicht von vorne, vom Gesicht? Hm, ich kann halt hier hoch springen. So, kaputt gegangen. Wo ist der 7? Wir müssen halt hier noch so ne Scheiß-Tür hinbauen, überall halt, dass sie halt dann einfach sicher sind, weil ich kann nicht mehr jumpen. Warte, ich geh mal von draußen. Oh, warte, du looted 1-Granze im Klasse, ja, Wahnsinn. Oh, der blutet. Der hat, stopp, na, lassen, gekillt. Warten. Ist ja tot. Ja, ja, das tot. Der war schon extrem blutig. Hat der gemeint, warten, du killst ihn, aber ist ja egal. Dann hacken wir mit dem, mit der, genau, nicht mit dem, mit dem anderen. Mit der Axt, ja. Genau, verpelz. Zwei Pellets, vier Täter. Neun, okay. Gut, so viel dazu. Dann, ja, den nächsten dann. Tric haben wir jetzt. Ähm, jo. Passiert. Passiert. Die Wände, eine Wand hab ich noch. Ne, zwei hab ich sogar. So, was locken wir jetzt rein und töten ist. Hahaha. Oh, Mann. Hm. Ja, Tric kann man mit 20 reiten. Ja. Das passt ja. Ja, ja, ich weiß nicht. 14 reiten. Dann hätten wir einen halben Bären und so, und dann müssen wir da schauen, dass wir noch ziehen. Boah, der ganze Wald ist echt hier weg. Ja. Das andere Tric ist ja tot, gell? Das andere Tric ist leider tot, ja. Ja, da drüben wäre noch eins. Oder ich guck mal grad. Ich guck mal grad. Zwei sind da drüben noch. Oh, mein Gott, den Dido für sauerstoten. 24. Geht, geht aber schwer mit dem Scheiß. Und stirbst unter, unter dem Ding. Oder? Mit Speer ist besser. Du hast immer noch keinen Klamotten, weil du Puls, gell? Immer wieder. Oh. Oh. Muss ich aufpassen. Oh, okay. Ich seh nix mehr. So, hier waren noch zwei Trics. Habt ihr überlegt, was wir am besten nehmen könnten? Das ist weiblich Level 12. Mhm. Na gut, da kann man ein größeres nehmen. Und das andere ist weiblich Level 8. Toll. Wow. Voller Unterschied. Ja, schon. Kann ich jetzt schon ein Ding? Warte mal. Geht das schon? Ja, Bogen könnte ich bauen. Wunderbar. Und Pfeile, Steinpfeile. Perfekt. Woodfiber. Jo, passt. Hätten wir jetzt schon Bögen. Mhm. Und ich glaube, die Trang-Pfeile, die gehen mit 20. Genau. Mörser könnt... Mörser kannst du noch... Mörser hab ich. Hab ich schon. Dann stell dir, wenn es geht, neben den Crafting-Table. Ja, mach ich. Da oben ist noch ein Track am Crafting-Table. Das ist ja auch das... Das hab ich ja da hingestellt. Alter, so ganz frech. Einfach so. Ja, schön. Ähm, ja. Schlechtigen Mörser hier. Kräftigen Mörser. Ah, Leder. Wir haben da in den Tisch bestimmt noch was. Hier haben wir... Kräftigen Mörser. Kräft. Träfiges Leder wieder zurück. Wie viele Steine man hier rausholt. Hey, Wahnsinn sind die groß hier. Ja. So. Wir brauchen Fundamente, Mörser. Nee, braucht er doch nicht. Doch, braucht er. Sicher? Ja. Da kann man doch so hinstellen. Nein. Kannst du eins bauen? Ja, warte. Muss dann zurückkommen. Ja, da try, genau. Braucht er echt Fundament? Steht das da auch oder was? Ja. Huh. So ein Mistvieh, weißt du? Ein kleines Scheißding, da braucht du was. Auf dem Flur. Replace auf dem Flur. Replacement auf dem Flur. Nicht auf dem Flur hier. Ich dachte, das war Jenny on the Flur. Jenny auf dem Block. Achso, am Block war das nicht am Flur. Das weiß ich, wo die ist. Du kannst deine Jenny gerne überall hinstellen. Das ist Jenny on the Block, on the Floor. Meistens steht nur ein Pferd auf dem Flur, aber kann auch Jenny sein. Jenny neben dem Pferd. So, wer hat ein Name für das Strike? Erwin ist ja down. Rip Erwin, bitte eine treue Minute für Erwin. Der Strike hat noch die ganzen Narkotiks drin, ne? Aber wir haben auch gar kein Gammelfleisch gesammelt, aber wir haben auch gar kein Fleisch. Der Wolf wäre schon geil gewesen. Ich will immer noch den schwarzen Wolf von da unten holen, ne? Können wir immer noch machen? Dann tu mal das Fleisch aufteilen, damit es beult. Und dein Narkotiks machen? Wir haben dann zumindest die Möglichkeit. Tricerat Klops. Also wie viel Narkotiks hast du denn noch? Ich mach dir Narkotiks halt nur wegen den Trankfallen dann später. Ja, ja, klar, natürlich. Die Bären reichen ja bis zum Ding. Wie viel Narkotiks hast du denn noch? Ich hab 109. Ja, dann lögst du doch mal da rein. Achso, warte, ich hab noch eins. Hast du auch gelernt die Dinge? Das Narkotiks? Ich hab das gelernt. Ja, ich auch. Ja, super. Glückwunsch. Ja, ja, aber gut, das brauchst du ja sowieso. Du musst ja immer wieder das hier herstellen. Ja, ja, klar, sicher. Das ist ja... Spark Powder hab ich jetzt auch gelernt. Weißt du nicht, für was hab ich jetzt aber mal gelernt. Gammelfleisch. Dann können wir die anderen 36 Fleisch und auch hier 35 spoilern lassen. Genau. Und dann, wenn wir irgendwas zähmen, wenn wir das Fleisch braucht, holen, ist das Fleisch einfach live und fertig. Ja. Ah, durch die Dinger levelt man ja auch gut. Natürlich, deswegen ja. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Kann ich eigentlich... Was brauch ich eigentlich? Noch drei Level, dann können wir 3x-atel bauen. Achso, okay, ja, warte mal. Nee, noch zwei Level, noch zwei Level. Achso. Dann solltest du die nächsten crushen, weil der, der die crushet, kriegt hat mehr XP als... Meinst du nicht? Ich weiß nicht, echt, okay. Das andere ist ja nur geteilt. Stimmt. Also trotzdem gut gegeben. Ja, klar. Ah, da sind ja noch zwei kaputte hier. Zack. Dann haben wir nämlich genug Beeren, wenn wir das Try haben. Das ist dann erstmal... Ja. Haben wir es ja ausgesorgt von Anfang. Was kriege ich? Dauert noch, das ganze Fleisch. Ja gut, viel habe ich ja nicht. Bei mir dauert das zwölf Minuten. Sechs Minuten noch bei mir. Okay, egal. Dann können wir ja ein bisschen Ding farmen. Noch hier. Narkotik brauchen wir ja. Wie geht es eigentlich unserem Wolf, den wir gezähmt haben? Dem geht es gut. Der ist bei Erwin. Stimmt. Ach, die haben ein Date gehabt. Der musste weg. Ja. Ich finde, hier sollten... Da wird doch noch... Ich glaube, ich baue hier oben ein Schild hin. Genau. Warte mal. Die offizielle Erwin-Gedenkstätte kommt hier vorne hin. Alter, für Zeit vorher. Jeder, der hier vorbeikommt, muss an Erwin gedenken. Was denn das? Ja, ja. Aber wenn wir ein Taimen, dann haben wir das Fleisch schon nicht mehr. Ich gehe da nicht. Wir könnten jetzt ein Giga-Taimen. Ja, bin ich auch dafür. Aber finde erst mal einen Login in den Käfig, der wir geboren haben. Das macht das, Mann. Dann nehmen wir weiter. Ja, ich gehe da nicht. Ja, ja, ja. Wir fahren nach Kotex, gell? Boah, wie viele Trikes sind denn da hinten, ey? Okay. Ach, wer wüsst denn? Nur kurz aufschreiben hier wegen dem Join. Also, wer ist das Gejoint hier? Also, Kimi ist Gejoint, okay, das ist klar, der hat ja das letzte Ticket gewonnen. Cotton Jones bist ja du, Gags bin ich. Ich bin Cotton Jones, Gags bist du. Genau, dann Schleicher, dann einmal Out of Order, Out of, Out of, Out of, Out of, Out of Order bin ich gar nicht so sicher, du wüsstest, ist ja, ist ja, ist ja, lange nicht da gewesen, dann wieder kurz da, dann wieder weg, ich weiß ja nicht. Mal gucken, mal beobachten hier. So, mal schauen. So, mal schauen, ob morgen und Aminos da sind. Genau. Ich habe jetzt eine Gedenkstätte gemacht, wenn Sie es sehen möchten. Keks, Kemp, Schleicher, Warcraft, E, Sekunde. Die Keks, Kemp, habe ich auch schon ewig nicht mehr, äh, die, die, die Keks gehabt, ob die ist ja da. Bitteschön, was denn? Ich habe eine Gedenkstätte, guck mal. Erwin gegen Shit the Rip. Hättest du nicht schreiben können, Erwin, Wolf? Klar, warte. Oder Erwin, Wolf, den wir, ja, irgendwie so. Gleich sparen halt, ne? Zwei zu Preis von einem oder so. Das ist halt schwer zu sagen, weil du kannst, ach, du kannst dir das mal durchmachen, wenn du Bock hast. Genau, hier. Sprich, du kriegst, du kriegst zwar feste Punkte, alle zehn Minuten halt einen Punkt, du kannst aber diese Punkte vermehren. Mit Bank heißt sie ja zum Beispiel, wie Danny. Du kannst auch Drag Race machen, viele so Minigames, mit denen du die, die Punkte vermehren kannst. Das heißt, du kannst, manche reicht eine Stunde, manche müssen halt zwei Stunden, manche müssen zehn Stunden. Kommt mal drauf an, wie du die Punkte verwaltest. Deswegen kann ich das nicht sagen. Wie viel Glück du halt in den ganzen Spielen hast. Und wie du sie einsetzt, die Punkte. Achso, das Trike ist gelabelt. Was machen wir mit dem Trike eigentlich? Gewicht, oder? Wegen Sammeln. Oder Starbina. Ich hab das schädigt. Der fährt uns so besser. Was aus dem Weißen hat er eine... Okay, klar, sicher, da... Also ich finde immer meine gezähnten Gigas aus dem Weißen Air-Drop. Erwin-Wolf-Gedenkstätte-Rip, ihr zwei. Nur die Besten sterben, Jung. Das ist gut, ja. Das ist gut, ja. So. Oh, stackt das nicht mehr? Was ist das denn? Was machst du denn? Was soll ich jetzt? Jetzt hat es gesteckt, alles klar. Ja, so, dann kräftest du mal. Na, okay. Erstmal Drogen. Ohne Drogen geht es nämlich nicht. Weil du kriegst dann eine LP. Ich bleib hier schön, wenn ich stehe. Dann kann ich mich auch mal ein bisschen mehr wählen. Also willst du jetzt die ganzen... Willst du die Settel... Ach ja, gut. Aber du lernst jetzt gerade alles, ne? Du hast die ganzen Leiter, alles. Leiter hab ich noch nicht. Ja, gut. Du kannst es ja genauso im Nachhinein. Es geht ja jetzt am Anfang halt. Ich könnte schon Hyde-Sache machen, aber wir haben keinen Hyde. Da müssen wir... Können wir ja dann fahren mit dem Trike. Der ist ja dann stark. Der ist ja dann immer so schwach vom Level her. Ja, dann mach ich mal Hyde. Eins, T-Shirt. Das war's. T-Shirt und Hose. Was sind denn die Schuhe und so? Gibt's denn nicht. Schuhe haben wir sowieso noch keine. Ich glaub schon wieder nackig rum, ne? Kann das sein? Die ganze Zeit. Schon. Warum sagst du mir das hinterher? Habe ich doch gesagt, glaub ich doch nicht rum. Das bringt aber kaum was das mit dem Kraften hier. Ja. Nicht? Es geht 16,78, ähm... 9,9 XP krieg ich. Ja, gut. Oder 6... Ich krieg nur 3,0,3. Echt? Ja. Nicht nur 3,3. 3,0. Entschuldige. Okay. Aber das ist halt die Hälfte. Deswegen sag ich ja, du kriegst halt mehr, wenn du das selber kraschtest. So. Noch ein Level halt dann. Ähm... Okay, ein bisschen wieder Bären hier. Was finde ich jetzt so eine Dingbau? Was finde ich jetzt so eine Wandbau? Achso, jetzt bin ich hier wieder weit am Level. Okay, das geht, das geht jetzt. Achso, weil du farmst auch. Ich farm auch. Shared XP. Na klar. Na klar. Mhm. Das gibt vieles herstellen, krass. Hä? Das gibt eine Menge. Ich weiß nicht, wo ich das Labyrinth gebaut habe. Hast du gesehen? Stimmt, du bist ja dann mal 60 Level geworden, ja? Ja, ja. Nur durch so ein paar Wände. Und Böden. Und Glas. Das Level drin ist nie fertig. Doch, eine Seite ist fertig geworden. Ähm, mal kurz, Euro 34 nur. So, ich hätte das Level dann. Ja, dann. Ähm, Trike. Jo, mach mal. Und mit 40 kann man die Verbesserten bauen. Aber, das ist jetzt egal. Ähm, was brauchen wir denn da? Oh, 140 Hight. Schon wieder. 140? Alles klar. Da müssen wir noch ein paar tierisch lachen. Alles klar, ich bin auf dem Weg. Jo. Zieh da aber bitte was an. Totos. Nee. Okay. Dann hat nichts. Ich brauch aber... Nee, brauch ich nicht. Hab ich alles. Okay. Sperre muss ich mir noch machen. Was brauch ich dafür? Inventar. Sperre muss ich ja auch noch machen. Ich hab einen hab ich. Woodster. Äh, komm her. Ist doch alles da. Wood. Was? Wood, Flint, Fiber. Okay, warte, ich nehme mal die Hälfte. Achso, Fiber. Wo ist Fiber? Haben wir nicht mal Fiber? Doch, liegt da dran. 1200 Stück. Bin ich blind? F-I-B. Im Tisch. Achso, ja. Ja, bin schon blind anscheinend. Mal fünf Spielen. Das war natürlich toll. Der 66. 69 wäre doch besser. Gibt es da nicht Drag Race hier? Gibt es? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Ah doch, geht sogar. Ich hatte ja, ich hatte ja vorhin alles Fleisch genommen. Hatte ich jetzt denken, jetzt haben wir nichts mehr. Zum, äh... Ja, wir sind es Fleisch. Du hast ja Bärchen. Genau, hab ich jetzt dabei. Ja, klar. Also müssen, wir müssen Tiere töten. Ein Fahide. Was ist denn mit dem Triki überhaupt? So, ich hab gar keine Steine, ich hab nicht hintermix. Ja, ich hab auch keine Gang mit, aber... Weiß ich nicht, was ist. Das ist von drüben, das ist das 12-Wert, glaube ich. Meinst du? Mhm. Ja, das ist das 12-Wert. Soll ich das hier reinlocken, oder was? Wenn du möchtest, kannst du das drin töten, oder? Willst du das töten? Ja, schon. Wegen Hyde, warum ja Hyde? Also, ja, okay, dann machen wir es tot. Ich wollte es zählen, weil es ein Weibchen ist, aber... Tut egal. Ja, aber trotzdem reinlocken, oder? Dann da töten. Einfacher für uns, oder? Aber warum? Ja, gut, mach. Mach, fast, fast. Aua. Wow, hat mich von der Seite getroffen auf einmal. Krass. Mhm, du musst von hinten ran. Ja, hat sich ja gar gedreht, der Penner. Schaffst du, ist so laufe ich weg. Ein Speer weg. Oh, er warte, sag doch was. Oh, jetzt muss ich was essen, natürlich. Und was trinkt? Wow. Gut vorbereitet. Hilfe. Ja, ja, ich komm schon. Wir haben gleich kein Staminer mehr. Grüß den Nova, schön, dass du da bist. Ich habe halt alle meine Sperre nehmen gelassen, ne? Ist er tot? Ne, ne. Ich kann das nichts mehr machen. Ja, ist alles weg. Ist tot? Ja, okay. Na, kommst du? Ist du? Wieso geht das nicht? So meine Schifte, das ist ein 21, 27, 30, 33, 33 Leder. Geil. Ist alles weg. Map-Update, Mods-Updaten, musste ich einige Sachen ändern und dann ließ es sich leider nicht verhindern. Du spielst ja auch noch hier, oder? Habe ich aber auch in Facebook geschrieben, kannst du nochmal durchlesen, musst du eh durchlesen, damit du das passt oder fährst, falls du hier spielst. Wieso kann ich denn nicht Shift-1 drücken oder Shift-3 zum Schnell-Essen? Ne, konntest du das drücken? Ja, immer. Ich habe einfach nur die Tasten gedrückt. Ne, ich konnte gedrückt halten, die Taste. Hat doch, geht immer noch. Ihr drückt halt einfach. Passt. Oh. So, schöner. Da hat sich ein Biber verirrt, guck mal. Da ist doch unser Biber, schau mal. Der Zweierer? 36, da müsste auch gehen. Ähm, das ist egal, das ist egal, das ist nur zur Information, Dieter's euch. Da schreibe ich immer, manchmal Sachen hin. Dann wisst ihr halt, was passiert und was nicht passiert. Musst du nur lesen. Ich habe ja schon mal gesagt, ob du jetzt irgendwie auf Bild.de gehst, auf süddeutschezeitung.de oder da drauf, ist einfach nur zum Lesen, also Informationsplattform. Was, Facebook? Du brauchst da keinen Account. Du brauchst keinen Account, um das zu lesen. Das ist ja das Gute, deswegen mache ich das ja so. Das hat die einzigen Möglichkeit, um euch einfach zu informieren. Ich hatte ja, bevor ich angefangen zu streamen, hatte ich auch so einen Schmarrn nicht. Aber das ist ja das Einfachste, um euch am Laufen zu halten. Twitter, Facebook, fertig. Geht auf die Seite drauf und liest. Als einfach, als Nachrichtenquelle zu ansehen. Achso, das Leder tue ich mal da rein. Wie viel brauchten wir? 160. Nicht 240. Warte, ich schau gleich mal. 240. Oh Gott. Einfach, einfach da lesen. Warte. Bitteschön, das ist der direkte Post. Ich weiß, ich bin auch nicht so Fan von. Aber wie soll ich das sonst machen? Zum Einfachsten so. Der Biber wäre schon geil. Aber da müssen wir erstmal das Leder haben, damit wir dann Akkortings so sammeln. Warte, ich schaue nochmal nach. Wir haben 140 waren es bloß, nicht 240, passt. Ach, Schildkröte hast du. Ja, aber. Ja, kein Problem hier. Die macht schon Damage. Ja, die macht das von der Range, das musst du schon aus der Range machen. Ja, kannst du Sperre machen? Ich bin dabei. Zwei waren noch von deinem Tisch drin. Die hat jetzt zwölf Sperre im Kopf. Hier, Mannes. Hast du vorhin schon gefragt, glaube ich dir, dass dir gelingt? Warte. Du brauchst doch viel mehr mit dem. Da, bitteschön. Flüsterst den Gexie vorbordern mit Ausrufezeichen Gexies. Es wird dunkel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Xerox, geräst du. Schäler ist da, bist du. Ich habe jetzt fünf Sperre. Weiß ja, was weiß ich. Aber, warte mal, schaffst du das? Ja. Strike wird es schon locker schaffen. Welchen Level ist das? Schäler ist überhaupt. Level zwölf. Ach, das geht ja, komm. Okay, Strike wird sich schon. Ja, Level zwölf geht. Das Gute ist, das Strike tut es auch nicht aufessen. Ja, ja. Ja, Schöker wird er gleich tot. Ja, haben wir. Ich habe gesagt, ich mache es nochmal. Okay. Du kannst, ups, ja. Kannst du im Lagerpfad irgendwas bauen? Ähm, ja, ja. Ja, kann ich. Ich, ähm, wo ist das denn? Da ist unser Tisch. Ähm, Ausdrufezeichen Mods habe ich aktualisiert, Nova. Es ist schon vieles anders. Ich musste alte Mods rausnehmen, ich musste dann neue rein tun, damit es klappt alles. Und deswegen hat das auch nicht so hingehauen, das Ganze. Was brauchst du? Doch, doch, ich habe hier, habe ich da, warte, habe ich da. Ich habe das, glaube ich, das habe ich da. Touch, glaube ich, ist, habe ich nicht. Das brauche ich dir, naja, doch, ich habe schon, das wollte ich nicht. Oh, die, die sind böse, wenn die kommen. Ja, die kommen vor allen Dingen nicht alleine. ich komme ja das ist es richtung fluss am meer lang level 16 oh mein gott ich glaube wir müssen nachts uns in die boxen einsperren kann in der context mehr so noch in welchen gesammelt gehabt ich habe keine gesammelt aber wir wollten ja den sattel machen wie viel leder brauchen 85 haben jetzt 140 brauchen noch ein bisschen was ja ich will hier ist eine schildkröte das ist aber die muss aus dem wasser raus ja 48 60 ist noch kein namen für den trug nur noch einfach ein hier so killer danke dir für den follow habe spaß genießt die show liebe grüße aus münchen und besiegen den kleinen kaffee schicken wir direkt nach hause ohne umgebild ganz frech einfach so aber jans frech ich weiß nicht das wurde vorbereitet wir sind ganz neu auf dem web xerox noch wir können noch nicht schauen wo es ist ich habe auch den perfekten namen nein das ist nicht die map mit dem vulkan sorry das ist das center die kille ja natürlich alles klar alles klar ist grad follower hat jetzt sein namen selber schuld selber schuld ja mit gefangen oder so dann greift mir mal das an das 3 hier also ich meine das direktes gedöhnse grüße schuldig ich sehe die nicht da das ist falsch menschen menschen das ist komm da aus dem gedöhnse ja komm also nein das ist nicht die map mit dem vulkan nee nee aber du musst warte komm erstmal in die richtung bevor truck ist angreifend stell mal auf attack in your target ähm hast du nicht sofort zugreift ohne dass ich jetzt hier dann haben wir wissen die spinne die spinne schügelte erzeit kannst du genau als passt musst du musst eigentlich musst du den kinder erstmal pfeifen zu dir ich habe die j taste nicht gefunden ich habe auch kein sperr ich kann nicht helfen was ihm sollte mir zu schnell ich bin gleich dann hoffe wir sind nicht beim wolf gleich unten ja das ist viel weiter unten der giga da unten macht mir viel mehr so ok das sind so schlimm dann kriege ich nicht gebacken mit dem ja ich weiß nicht dass wir gibt es drei viertel drei viertel drei viertel drei viertel drei viertel fucking dunkle ja er passt neunzeit ja gut sammelt sich ja hast du auch keine fackeln oder auch gute flichtes ne habe ich nicht also es gibt ja sie doch schon mittlerweile schon zwei maps mit vulkan deswegen bin ich verwirrt center hat ein vulkan schigo islands hat ein vulkan und das hier wird auch sowas bekommen die map also kann ich jein sagen hunger mein charme 102 haben wir ich lege mal das fleisch oder noch ein bisschen fleisch ach so ja okay dinge hin oder her jetzt das mit dem bären ist nervig immer ja ja klar bisschen fleisch geht jetzt hätten wir noch das andere schweige drüben komm mit hier geht ich aber ach so ich habe zwei späne weißt du ob es reicht das ist so low oder das low ja ein wood einflint ich mach dir mal licht warte mal warte was ja der kommt ne was ja wer kommt ne terror bird vielleicht so kommen wir killer was ist los mit dir wow flying around oder was jeder macht halt nichts jetzt geht es was hast du wieder auf neutral geschaffen nee wie sollte ich jetzt müssen mich da nicht ein jetzt ist attack und da bist du okay so hast du denn kraft ja hab ich aber du musst mal grad kommen mach mal mit schwitzhacker äh mit ax ja hab ich ich meine ist kaputt gegangen ok toll einmal geschlagen auch guck mal also fuck was ist das alter heute läuft echt alles schief flint und thatch brauche ich jetzt hier einmal geschlagen ist auch kaputt so eine verfickte scheiße hey hat ja der video liegt doch was drin pfeifer der flint thatch hab ich hier flint hab ich einen ja komm komm hier geht ich brauche nur einen 22 tatsch brauche ich ne auch dann ja komm ich mach ich hab bin schneller hammer so wichtig ich hab schon so ein flint halt dann ja die hab ich grad ich hab noch einen in der tasche gehabt naja da mach was schon ja ja da wachst du auf gell nami da wachst du auf ja ist ja klar so was hätten wir nur noch solche ab heute nur noch sowas hier oh ich hab das leider nicht verstanden schade was denn denn das was du gesagt hast ja verfickte scheiße ich hab das nicht verstanden soll es wiederholen kannst du es wiederholen ne sowas sag ich nicht sowas sag ich nicht also hast du gelesen hast du gelesen Nova Space 119 in dem Crafting Table die weißt du schon noch was ist das da hinten ich guck mal da hinten wo gegen was trifft der haben wir ich da ist noch ein Strike stell den Sattel her haben wir sind wir fertig mhm wir haben es durchgeschafft das Spiel jetzt das ist vorbei dann kann ich ins Bett so immer noch keine Klamotten jetzt mehr jetzt reicht es mir zwei mehr Klamotten ne tja quäl ich was an hey ja das ganze feinbar gemacht ja ja ich habe einfach ganz fertig ich tue es wieder zurück sonst wäre alt mal so also Jumfernflug oder was hier wunderbar ja das geht ja viel schneller hier cotton benni ja schön ja Füße und sowas Hände brauchen wir ja nicht boah wie schnell das gibt immer das an was ich da kriege alles mit dem das ist ja so schichtige Orgasmus like naja was war das jetzt für den Biber ne ja ja ist der noch hier der hängt hier passt dann können wir da runter locken oder oder wollen wir hier was neues bauen komm 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 die kannst du da runter locken da kannst du so vorweg laufen der ist nicht so schnell aber das andere ist die Sache mit mit würdest du nicht erst auf die Pfeile warten nö wozu na gut ja sonst schießen wir den wieder ab wie den Wolf ach so nö der Wolf da war ja eh schon geschwächt vom vom Trike deswegen dachte ich glaube ich und der war ne eh nur 12 also das geht so mit der Steinschleuder das ist kein Problem dem sicher wir können auch fallen nutzen ich bin schon über 20 wie du möchtest und gehen denn die narkotik Pfeile schon ja ja kann ich schon ich muss das nur lernen in der kurde Pfeile und wie viel was ist der Biber für den Level ich will grad gucken ach jetzt na mi warte mal das muss ich jetzt kopieren hier ja aber jetzt schnallt es muss ich das muss jetzt kopieren lol lol das hat ja lange gedauert kapper 11 51 36 alles cool oder? so sieht man sieht man ein schöner overlay verändert in der Mitte sieht man das ganze schade hat das etwas angepasst jetzt habe ich den Namen von diesen blöden Dings vergessen wie heißen die? wer? die Biber? die Biber Brüder? CAS CAS fangen die an ich sage mal Cassiopeia aber ja ja der braucht 43 Minuten das geht ja noch der braucht 375 also puh 375 bis 445 narkotik Bären oder 95 bis 113 narkotiks ok und und 1184 Major Berries ok hier ist so viel auf Valhalla mit dem Gedönse hier und Galli Kibble bräuchte er dann wird es nur 10 Minuten dauern aber das habe ich jetzt nicht gar nicht parat ne es ist ganz schwierig da kommt man nicht so einfach dran hier ist ja so viel mit den Farmen ja dann mach mal so eine Tür auch kann ja auch selber oder die Box ich den jetzt braucht aber zwei warte du hast nicht du musst erwarten dass man das zu zweit machen muss wir müssen sowieso schauen Torper sinkt bei dem so sofort darunter also müssen wir schon vorbereitet sein warte du hast ja aber du hast ja narkotiks Mitchell Bärenbraucher 32 aber wir wollen ja erstmal nur fangen stimmt aber im Wasser ist ja halt schon schnell und ich komme nicht raus Drecksack Alter oh ne nix passiert du hast dir grad Klamotten angezogen du hast ja grad Klamotten angezogen du hast ja grad Klamotten angezogen hier der hat mich zurückgehauen also egal der ist ja nicht mehr Agosporns holst dir alles wieder ja der ist halt der Drecksack ja der wusste halt dass ich aus dem Wasser wollte ja hab mich dann wieder zurück ins Wasser gehauen das hat vor mir geschwommen wenn die alles durchdacht wir werden sie geholfen die Brüder die Leiche ja ich bin schon wieder da jetzt weiß ich mal nicht mehr wo er hin ist ach da schwimmt ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin bei uns boah wie viel ey hier sind ja so viele hier krass die Sträucher aber die spawnen von der Map aus so schnell ich hab das alles auf Standard eingestellt mhm das ist ja Hammer das finde ich nicht mehr �ional da ist der kleine Judith Schoko Krasol